hört man mich ich weiß es nicht ja müsste es ist wieder so weit das heißt wieder war noch nicht so weit eine runde battlefield und diesmal hoffentlich ohne crash ja es wär mal was und ab in den server browser und mal schauen wo hier noch server frei sind ja ich nehme mal etwas weiter runter ein damit er nicht wieder sofort voll ist sobald ich das ja ich spiele weiterhin auf der x12 immer noch mit einem angestaubten intel sky lake 2700 k und gfos gtx 970 ich habe so ein bisschen an den settings gespielt aber konstant 60 kriege natürlich nicht hin manchmal droppt das sogar kurzzeitig unter 30 und ruckelt auch hier und da mal aber was soll's so und da jetzt 90 prozent der leute den stream wieder verlassen haben können wir dann jetzt loslegen nur noch acht minuten zeit so viel weiß ich schon wir nämlich denn ich glaube ich immer den weg nenne ich nenne ich und bisschen schaffst du noch zu und raus ui 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 Da bin ich den Bär fast aufs Dach gespürt. Och Gott, und jetzt ist noch nicht mal mehr da. Äh, Kamera, ich bin mir ziemlich sicher, das Flugzeug war links, nicht rechts. Und ab dafür, oh nein, jetzt wird schon wieder auf mich geschossen. Wie kann das bloß sein in so einem Spiel? Oh Mann, nicht im Ernst. Von hier auch? Oder war das einer von uns? Ne, wahrscheinlich nicht. Look, da. Ich liebe das. Ich bin in Trouble da. 999. Nein. Da im Busch ist doch eh keiner. Da ist doch was im Busch. Hm. Was soll das Gepiepel? Soll mir das irgendwas sagen? Ähm. Wahrscheinlich ist es kurz. Was ist doch, Chuck? Ich brauche mehr Ammunition. Da! Nein! Ja gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Er campt da immer noch Camp, camp, camp Yay, mein erster Revive Ich bin ja so stolz hoffentlich Oh, es ist Schnee Na ja, Battlefield wie es schon immer war Spawnen Und gekillt werden Und wieder spawnen Und gekillt werden Oh oh Toll Oh man Dann bin ich auch jetzt dran Haha, doch nicht Nein Ich wollte nicht aufstehen Oh, guck Schön hier Oh, wir haben fast gewonnen Ja, das Licht aber nicht an mir Oh, ich glaube ich muss raus Ich bin ja was Nein, jetzt springen Da ist einer Scheiße Au, was? Warum? Ich dödel Warum habe ich mich umgeguckt Oh man Alle Punkte verpasst Ja, klar Ja, klar Ja, mal gucken Ob das Spiel jetzt wieder abstürzt Beim letzten Mapwechsel War nämlich sofort vorbei Der Ja, klar Das protected Ja, klar Wir sind ein weiterer Weg zu liberieren Narvik. Wir werden nicht gewinnen mit den Zahlen gewinnen, also muss es Grit sein, die uns durchführen. Der Shotzi der Ecke wird, dann wird zum Schluss die Abwechslung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hier haben wir uns ein bisschen verlinkt. Wir sehen uns die Abwechslung durch, wenn die Beine mehr als Abwechslung erlangt. Wir sehen uns die Abwechslung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also beim Abwechslung, wir sehen uns beim Abwechslung um Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim Abwechslung. bis zum Beispiel Abwechslung aus dem Annenhof. Wir sehen uns beim Abwechslung. Mehrere von Abwechslung. Wir sehen uns beim Abwechslung. Untertitelung des ZDF, 2020